So liebe Freunde, also es geht jetzt darum, warum ich mich in der letzten Zeit jetzt nicht gemeldet habe. Es tut mir jetzt leid, wenn ihr jetzt irgendwelche Hintergrundgeräusche hört. Jedenfalls geht es darum, dass ich jetzt in der Zeit nicht mehr so regelmäßig Videos mache. Und ich hoffe, dass ihr mich deswegen jetzt nicht deabonniert wieder. Und ihr trotzdem Spaß habt mit meinen Videos, ich werde mir jetzt also so versuchen, nachts, so abends, so um 21 Uhr Videos zu machen oder jeweils, wenn kein Besuch da ist oder so. Jedenfalls wünsche ich euch bis dahin viel Spaß und ja, HeroTV.